Was macht ihr? Wie holt ihr die Tüte da raus? Wir bauen dem Smurf ein Taucheranzug. Er hasst Wasser. Ich weiß, aber so können wir ihm vielleicht überreden, dass er es doch macht. Er ist der kleinste von uns. Aber haben wir den Smurf nicht jetzt mal kopfüber in den Fluss. Der kleinste ist der Chat. Oder wir halten Timmy kopfüber unter Wasser. Aber das ist das Meer. Timmy will schwimmen. Timmy will tauchen. Aber Timmy kann bestimmt nicht gut tauchen. Er braucht ein Gewicht, damit er runterkommt. So ein Stein. Aber da bin ich dafür. Du bist bei der Metzgerin. Ich bin bei der Metzgerin. Du bist bei der Metzgerin. Wir verhandeln um die Wurst. Timmy hat einen langen Baumstamm. Du bist ja stark. Wir binden den vorne an und du hältst ihn. Er geht ins Wasser und du lenkst ihn quasi so. Ein Baumstamm. Ein Mammutbaumstamm. Nein, der ungefähr so ist vom Umfang her. Wo ist der Ring nochmal? Bei der... Bei der Hafenmitarbeiterin. Bei der Hafenmitarbeiterin. Die hast du mal geknallt, ne? Auch. Okay. Kannst du bei jedem NPC sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft, ist sehr hoch. Ja, ja. Auch. Ich kann ja zu der gehen und da mal anklopfen. Mal fragen, was da ist. Ringmäßig. Ja. Weil Wasser... Aber ich stell die Frage richtig nicht, dass sie denkt, du machst ihren Antrag. Wir hatten in der Taverne noch ein Seil mitgenommen. Ja. Aber das haben wir noch. Das habt ihr noch. Das Seil habt ihr. Aber Timmy ist nicht schwer. Ja. Dann können wir das hier rumknoten und können auch da ins Wasser lassen. Aber er ist halt nicht schwer, ob wir nicht überschwimmen können. Ihr könnt die fragen. Ja. Timmy, wie kannst du denn schwimmen? So ein bisschen. Was heißt denn so ein bisschen? Ja, ich geh nicht unter. Kannst du lange die Luft anhalten? Ja. Manchmal muss ich das machen, wenn Papi pupst. Wie lange ungefähr? Wie lange hält die Marke? Halbe Stunde. Schön. Schau, ne Weile. Ich hätte ihn sonst so einen Topf irgendwie über, dass er mit dem Topf irgendwie so untergeht. Die Bettpfanne bildet eine natürliche Taucherglocke, weil da natürlich die Luft drunter bleibt. Aber ist die Bettpfanne... Ich bin zu dumm dafür, das musst du wissen. Bett. Ich wollte es eh mit einem Topf machen, von daher passt es ja. Okay. 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 Ja. Er muss die halt nur irgendwie... Wir müssen die hier mit einem kleinen Band oder so irgendwie so drum machen. Damit der... Drum halt's. Ja. Ja. Wir haben das Seil ja da. Das Seil haben wir ja. Ja, das wolltest du ja für ihn benutzen. Wie viele Seile haben wir? Wir haben ein Haar mitgenommen. Ja, aber das ist ein langes Seil. Du kannst ja einmal da rumbinden und dann... Aber wie... Ja. Nur als Verständnis... Auch wenn ich... Nee, ich bin weg. Ich kann gar nicht fragen. Du bist nicht da. Ja. Ich hab nur ne Verständnisfrage. Ja, was würdest du müssen wollen, wenn du da wärst? Wie... Wie sieht Timmy was, wenn er die Bettpfanne auf hat? Der muss... Der muss ja krabbeln. Gut, dass ich dich gefragt habe. Ja, danke. Nein, der muss einfach krabbeln auf den Boden. Der fühlt? Ja, der fühlt. Das wäre doch viel zu einfach, wenn Timmy einfach untertaucht, das Ding nimmt und wieder hoch. Ja. Er ist auch gut im Geröll fühlen. Sehr gut. Das ist ne Kiesstrand. Ja, ja, ja. Also insofern... Okay. Kann er so ein Skill einsetzen? Das passt alles. Boah. Wie lange ist denn das Ufer? Also einfach nur mal gefragt. Ein bisschen spannender einfach. Okay, also... Ihr regelt das. Du klopfst bei der Metzgerin. Also er würdest du nicht vom Hafenturm hierher geworfen haben. Die übrigens Ilela heißt, falls du es vergessen hast. Ilela. 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 Hi. Oh, hi. Was kann ich für dich tun? Du, ich bin ja gerade zufällig in der Gegend und es knurrt ein wenig der Magen, aber wie es der Zufall will, habe ich leider gar kein Geld. Ich bin quasi blank bis auf die Knochen, was ich dir gern beweisen kann. Äh... Wirf mal auf Charisma, bitte. Natürlich mache ich dies. Oh mein Gott. Ich liebe Charisma. Was hast du da nochmal? 17, 14? 16. 16. Schlappel... Doch, was mache ich denn? Es ist eine 8. Ja, okay. Sehr... Ah... Ja... Also... Wir wollen nur... Ich bin halt gerade sehr beschäftigt. Ich bereite mich auf morgen vor. Ah... Du weißt ja, Drachen töten, bisschen Fleisch sammeln. Ach, du auch? Ja, klar. Ich will das Fleisch. Das erzielt richtig gute Preise. Ja, sicher doch. Natürlich. Das ist ja ein Zufall. Denn wir... Weißt du, wir kommen gerade vom Drachen. Ja. Ja. Was? Ja. Was? Ist ein guter Kerl. Du lebst noch? Ist ein ganz feiner. Wenn du willst, können wir gerne runter. Ich kann dir da alles zeigen. Nee, du lass mal. Nein? Nein. Und es ist mir auch egal, wie fein der ist, dass... Ich... Ich... Ja, ja. Und deswegen so. Wir hätten da vielleicht Spaß. Oh mein Gott. Vielleicht. Er will den Gürtel. Er will den Gürtel haben, ey. Haha. Da guckt jemand auch Heime holen. Ja. Das ist ja. Ich brauche... Ich brauche das Geld. Ich brauche das Fleisch. Also... Wie viel Geld brauchst du denn? Würde denn... Dreiradfahren... Brauchst du Gold? Genau. Ich brauche das zu verkaufen. Ich nehme doch kein Geld. Nein, Gold. Ich rede von Gold. Ich nehme doch kein Gold. Ah, schade. Ich möchte Fleisch verkaufen, dass ich so exzellenter Wurst verarbeiten kann für das große Wurstfestival nächsten Monat. Ja, davon habe ich auch noch nichts gehört. Ich möchte die beste Wurst machen und ich habe gehört, Drachenfleisch oder Goblinfleisch. Letztes Jahr, da hatte die Ignis nämlich einfach Einhornfleisch und hat damit gewonnen. Und das muss ich dieses Jahr toppen. Und dann bleiben Goblins oder Drachen. Das ist natürlich logisch. Ja. Ja. Also muss ich da morgen hin und die Drachen tösten. Aber Goblinfleisch aus dem ersten Abenteuer? Das ist wirklich sehr unangenehm. Ja. Was machen wir denn da? Ich kann dir gerne ein bisschen Wurst geben. Wurst auf jeden Fall. Sie gibt dir so ein bisschen Wurst. Ich nehme die Wurst. Wir tauschen unsere Würste aus. Danke. Ja, gerne. Sehr gut. Mami, es tut mir leid. Es geht doch nur um Wurst. Es geht doch wirklich nur um Wurst. Um ganz normale Knacker. Was los? Quasi Schinken. Oh ja. Schinken. Ich hätte gerne noch ein Wasser. Oh, danke. Und es gibt keine Möglichkeit, dich irgendwie noch umzustimmen. Ich hätte eine Idee, aber ich bin nicht da. Wegen des Drachens. Na ja. Dankeschön. Goblinfleisch, Drachenfleisch. Das ist das, was ich brauche, um Ignis von ihrem Wurstthron zu stoßen. Okay. Drei Jahre in Folge hat die gewonnen. Drei Jahre. Das ist der Wahnsinn. Wir machen das möglich, dass du ab nächsten Monat gewinnen wirst. Ja. Wenn du kurz wartest. Ja, natürlich. Ich habe zwei bis morgen 18 Uhr. Und ich nehme die Beine in die Hand. Ja. Mache auf der Stelle Kehrt und laufe zum Friedhof, wo irgendwo doch hier... Alleine? Wir gekämpft hatten. Für Frauen mache ich alles. Okay. Ja. Und wir hatten doch hier gekämpft gegen Goblins. Ja. Ja. Und ich suche nach der Goblinleiche. Einen Tag müsste sie da liegen. Das ist ein Tag in der Geschichte her. Ja. Mhm. Snaf, was machst du denn in der Zeit? Hm? Ich gehe da zu diesem Haus und klopfe da an. Okay. Ich weiß halt nicht, wo die Hafenmeisterin wohnt, aber ich probiere es da einfach. Die... Ja. Das ist Timmys Elternhausen. Das ist Timmys Elternhausen. Sorry. Warum nicht der Typ da aufhören? Achtung. Hör mir ganz genau zu. Ja? Hier liegt ein kleines Hausboot. Oh. Wollen wir... Wir haben... Nein. Hier liegt ein kleines Hausboot. Ah. Ja. Dann klopfe ich doch da an. Ach so, aber das ist auf dem Wasser... Es ist auf dem Wasser. Nein. Es ist ein Hausboot. Ein Hausboot mitten auf dem Wasser? Ja. Huhu. Mhm. Ich hoffe auf Timmys Diele rüber. Timmys Diele. Timmys Diele. Timmys Diele. Timmys Diele. Timmys Diele. Timmys Diele. Äh, was... Ähm... Jetzt wird's spartig. Ich bin weg. Ich hab noch Geröll. Ich werfe mal so ein Geröllstück ans Fenster. Ja? Oh. Unsere liebe Mina öffnet... Hallo? Hallo. Ach, da ist sie ja. Hallo. Was kann ich für dich tun? Hallo. Warum leben Sie auf dem Hausboot? Lieber das Meer? Liebst du das Meer denn nicht? Komm rüber. Ist lieb. Dankeschön. Ich hätte mal so eine Frage. Ja? Könnte es sein, dass Sie vielleicht irgendwann von Ihrem Kollegen Hafenmeister vielleicht einen Ring bekommen haben? Mhm. Sie hält so ganz stolz so eine Kette hoch, die sie trägt und hängt sie sich wieder um. Daraus schließe ich, dass Sie diesen Ring sehr gern haben. Ja. Ich habe vorher noch nie einen Ring geschenkt bekommen. Oh. Also. Mögen Sie den Hafenmeister? Was für eine unverschämte Frage. Einfach bloß, ob Sie ihn mögen. Unverschämte Frage. Wird sie rot dabei? Warum? Unverschämt. Oh, vielleicht ist es so. Wird ihr Gesicht langsam rot? Ja, genau. So ein bisschen. Seht ihr? Unverschämt. 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 Verstehe. Oh. Die kleine Kusselstreffer. Oh. Okay. Wussten Sie, dass der Hafenmeister auch einen Bruder hat? Ja. Ja. Ja? Ja, den kannte ich gut. Was bedeutet das? Darf ich das fragen? Nein. Also schon. Ich werde noch nicht antworten. Achso. Okay. Versuch mich da so langsam ranzutassen. Wie komme ich an den Ring? Wie komme ich an den Ring? Wie kommen Sie mehr? Ja. Ich soll Sie ganz, ganz lieb grüßen von dem Hafenmeister. Sehr, sehr lieb grüßen. Oh, danke. Danke. Das ist aber nett. Er fragt, ob Sie ihm vielleicht einen Gefallen tun könnten. Was denn? Er braucht wirklich, wirklich, wirklich Ihre Hilfe. Ja. Ja? Ja. Würden Sie ihm helfen? Worum geht das? Es geht darum, dass ihn einen Geist quält. Mhm. Und diesem Geist gehörte dieser Ring. Was? Die Frage ist, ob Sie vielleicht... Dann werde ich ihn nicht mehr. Und sie nimmt diesen Ring und wirft ihn ins Wasser. Nichts. 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 Was? Das hilft ihm doch auch nicht. Timmy! Okay, wir springen zurück zu Timmy. Gut. Wir haben Timmy jetzt präpariert. Mit der... Taucherglocke. Ja, mit der Taucherglocke. Nach Kacke stinkt, aber keiner weiß warum. Hier ein Seil drum gemacht und dann das andere Seil einmal so über Kreuz hier so drum. Mhm. Okay. Das ist sehr sicher, ja. Ja. Oha. Ich muss ja gleich würfeln für Timmy. Und ähm... Wir sprechen ihm Mut zu und sagen ihm, dass er ganz mutig ist und dass er immer mutiger wird. Er ist kurz davor ein richtig großer Abenteurer-Junior. So ein echter Abenteurer? Er ist jetzt fast schon Abenteurer. Ja! Ehrlich? Ja klar. Das musst du nochmal... Und das kann keiner von uns... Das kannst du wirklich nur tun. Nur du hast die Fähigkeit dafür. Wie so Flüstertüte... Flüstertüte, ne? Genau. Du bist schnell, du bist flink, du kannst Geröll wie kein Zweiter auseinandernehmen. Ich bin was ganz Besonderes. Du bist was ganz Besonderes. Ja. Chat? Wird Timmy schwimmen gehen? Ja oder nein? Wird... Die Umfrage kommt gleich. Die Umfrage kommt gleich. Die Umfrage kommt gleich. Die Umfrage kommt gleich. Und alle so, wir werden sterben. Ja. Ein Hai nähert sich von rechts. Hä? Hä? Wär die schön. Wird Timmy tauchen direkt? Ja oder nein? Ich bin jetzt schon bei den Goblins. Ich frage mich, ob Timmy überhaupt sterben kann. Natürlich kann der sterben. Ich hätte gedacht, ob wir vielleicht Würfel aus dem Baden aus den Raupen machen können. Eine Wurst oder so aus dem Raupenfleisch. Aber sie wollte ja unbedingt Goblin- oder Einhornfleisch. Weil sie das gar nicht kennt. Goblin- oder Drachenfleisch. Goblin- oder Drachenfleisch. Das ist eine verzauberte Raupen. Ich habe überlegt, ob Timmy schwer ist. Und die gibt es halt eigentlich gar nicht. Ich möchte noch mal einen Knopf drücken. Achtung, es wird geröllig. Geröll? Ja. Geröll. Gerölliges Geröllröll. Umfrage kommt gleich. Umfrage kommt gleich. Die Mods, die haben noch Tobinator LP geguckt oder so. Natürlich kann Timmy sterben. Frag mal Tobinator LP. Möchte Timmy sich unter Wasser ab. Unter Wasser ab. Unter Wasser ab. Unter Wasser ab. Da hat sich jemand beeilt. Ja, die müssen sich beeilen, die Mods. Ja. Ist ja auch mit Zeitverzögerung. Ja, na klar. Ja, na klar. Und wie geht es euch so? Super gut. Ja, sehr gut. Und selber? Fantastisch. Ha. Meine Augen sind so trocken vom Make-up. Ja, meine auch. Ich bin voll gefressen. Wir machen aber nicht so viel kaputt diesmal. Ja, ne? Doch. Ich bin erstaunt, dass ihr wirklich noch nach dem Ring suchen geht. Ja. Wir sind relativ harmlos aktuell, ne? Ja. Ja, irgendwie schon. Wir machen Sachen zu richtig. Ich habe Angst, was das noch bedeutet. Ja, das muss irgendwie. Anders stirbt vielleicht gleich Timmy, also was sonst. Oh, wäre das schade. Glaube ich. Die Abstimmung ist jetzt. Ihr könnt auf Twitch abstimmen. Ja. Bronco hat noch den Wiederbelebungstrang. Genau. Und alle, die das jetzt auf YouTube sehen. Haha, sorry. Hättet ihr mal zugeschaut. Stimmt. Jetzt auf YouTube in den Kommentaren ab. Und wir ändern das alles noch für euch. Ja, genau. Worauf warten wir? Alles klar. Dreiviertel. Also. Auf eure Verantwortung. Ist das irgendwie so misleading geschrieben, die Antworten? Und? Oh. 18. Ist ja schlecht. Ist sehr schlecht. Muss auch niedrig würfeln. Mit dem B20. Oh, es tut mir so leid. Komm, retten wir die Welt. Also Timmy rennt mit Anlauf ins Wasser. Und er ist super motiviert und so. Jaaa. Und er springt mit dem Köpfer rein. Er bedenkt dabei nicht, dass er die Tauchglocke trägt. Wir haben sie zehn Minuten lang erklärt. Das Wasser strömt quasi direkt hinein. Soll ich mal nach einer Wasserleiche gucken als Figur? Nö, nicht. Okay. Also Timmy. Hier. 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 nelse Wasser legen. Sorry ein Tinder hat. Wie man sie compte sind. Wie man sieht! Wie man sieht. Wie man sieht sich da? Wie man sieht. Wie man sieht. Exact war. Constant. U gelick. Soll ich bitte einen Goblin haben? Zwei. Was? Ein Gockel? Zwei Goblins. Zwei Goblins. Lebende Goblins, bitte. Wie bitte? Du bist alleine? Lieber Gabel, du. Was? Niemand ist bei dir. Was? Diesmal haben wir auch richtige Goblins. Ja, na klar haben wir diesmal richtige Goblins, wenn ich da alleine bin. Ja, natürlich. Na klar. Oh, wow. Voll nice. Magst du die mal da hinstellen? Wenn du mich auch noch gibst. Ach so, ja, klar. Danke. Aber der Zauderer geht ja immer sehr vorsichtig vor. Der wird ja nicht einfach reingerannt. Der ist ja eng. Doch. Ich bin schon hingerannt. Er hat gesagt, der rennt da rein. Ich kann ja auch nichts dafür. Oh ja, wie geil. Oh, sind die hübsch. Oh mein Gott, wir müssen Bilder davon machen. Da ist er. Männchenfleisch. Lass ihn uns essen. Ja. So ein bisschen ja. Also sie rennen auf sich zu und du siehst die Giftpfeile noch vom, die kennst du vom letzten Mal. Sie haben die Giftpfeile. Ja. Und der eine schießt. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Hei, 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 hei. Geschicklichkeit. Halt dich schon mal gut mit mir. Das Solo-Abenteuer. Habe ich zwölf. Er ist für Stein verwandelt jetzt allein gegen Goblins. Was habe ich denn? Eine Elf. Eine Elf. Ich habe eine Zwölf. Ja, okay. Du weichst den Pfeil aus und der trifft knapp neben dir ins Gras und du liegst da jetzt erstmal. Ich liege da. Du liegst da jetzt erstmal und du atmest sehr, sehr schwer. Snaf. Hm? Was bei dir ist so los? Ja, ich sitze am Ufer und guck so ins Wasser und denk so. Nope. Dann halt keinen Ring. Kann ich nichts machen. Verloren. Ich stocher so ein bisschen mit dem Hammer so im Wasser rum. Mit dem Hammer? Ja, den ich so habe. Blatt, blatt, blatt. Ich bin schon so mein ganzes Inventar durchgegangen. Ja. Ob es vielleicht irgendwas gibt, was vielleicht in der Lage wäre. Irgendwie so. Aber bin da auch nicht fündig geworden. Also ich stehe auf, klopfe mir so ein bisschen so den Staub vor den Knien und so ab und laufe zum Hafenmeister. So an euch vorbei so. Ihr versucht gerade Timmy irgendwie rauszuziehen. Ich laufe so vorbei. Ja. Okay. Klopft dann so beim Hafenmeister so. Mhm. Äh, was? Oh. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Du brauchst nichts weiter zu sagen. Hast du irgendwas, mit dem man Ringe fischen kann? Was? Was? Ist irgendwas? Kannst du schwimmen? Ob du schwimmen kannst? Hey. Du? Rate mal. Ich bin Hafenmeister. Nicht Harfenmeister, sondern Hafenmeister. Dann bist du mein Mann. Komm mal mit. Der ist doch eine Angel, oder? Also. Ich bin nicht da. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß, dass er es machen könnte. Okay. Komm mal mit, bitte. Oh. Okay. Freeze. Also ich bin. Freeze. Freeze Frame. Oh, beim Standbild. Freeze Frame. Freeze Frame. Oh. Aber man hört uns noch, oder? Alles klar, alles klar. Moment. Man hört uns, ja. Okay. Gut, dass ihr nicht sehen könnt, was ihr gerade abgeht. Mann, zieh dich wieder an. Mann, aber ihr bin gerade nackig gewonnen. Oh. Oh. Nee. Der schillert so schön. Wie ein Regelnburger. Und das ist meine Ocarina. Geht wieder. Achso. Okay, jetzt mal. Krass. Entschuldigung. So. Hose wieder an. Geht wieder. Danke, Frank, dass du es gezeigt hast. Wollte ich mal kurz. Okay. Ich dachte, ihr wolltet mir was Ruhe gönnen. Ja, genau. Komm mal mit. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefassen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich nur hier mal den Kleinen, der hier Wasser trinkt. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Platt, platt. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Ihr habt hier Ruhe versprochen. Ja, kannst du gleich. Wie kannst du gleich? Kannst du gleich? Guck mal, guck mal. Guck mal. Kennst du das Haus? Ja, natürlich kenn ich das Haus. Daneben liegt dein Ring im Wasser. Go. Wieso liegt der Wasser? Flieg wie der Wind. Los. Aber ich hab doch ihr Geschenk. Will sie nicht mehr haben. Kannst du zurückhaben. Was? Will sie nicht mehr haben, hat sie gesagt. Sorry. Weiß nicht wieso. Kannst du mal nicht für. Ja. Oh. 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 Was ist aus Oh geworden? Ich weiß, woher der Ring ist. Ja, woher soll der vor sein? Aus meinem Haus. Der ist von deinem Bruder. Ja, der ist tot. Du schenkst mir Leichenzeug. Naja. Leichenzeug. Es ist ja nicht so, dass ich ihn von seinem toten Körper abgezogen... Oh, eigentlich schon. Mach die Tür wieder zu. Und sie verriegelt. Was? Im Teufelsfall? Hast du gemacht? Ich hab den Ring wieder besorgt. Da liegt er. Er ist gerade in der Beziehung ruhig. Ja. Du hast dir den Ring gegeben. Ja. Ja. Aus Liebe. Reicht es dir nicht, meinen Bruder zu beschmutzen? Du wolltest eine Ruhe haben. Job ist ein Job ist ein Job ist ein Job. Aber ich hab doch meine Ruhe. Ich brauch diesen Ring nicht. Aber dein Bruder braucht den, damit du deine Ruhe haben kannst. Von wegen... Aber ich hab doch keine Ruhe. Bis du mich geweckt hast. Aber der ist doch noch da. Wenn du jetzt wieder zurück in dein Haus gehst, ist er wieder da. Vielleicht soll ich den Drachen doch töten. Nein. Das ist ja jetzt Quatsch. Mal jetzt nicht übertreiben. Das ist ja jetzt Quatsch. Lässt sich alles kippen. Wir brauchen bloß den Ring wieder. Stimmt. Also los, hüpf. Ich... Ich hab jetzt keine Ahnung. Aber... Warum holst du ihn nicht? Warum holst du ihn nicht? Äh, das... Nur so ein Tipp. Ist lange. Was? Wir haben mittlerweile so 19 Uhr. Äh, Lavendel. Was? Lavendel? Ja, schön. Aber Wasser. Weißt du, du bist der Hafen. Vielleicht einfach mal... Du kennst das Gewässer viel besser als... Dann brauchst du so viel Lavendel. Ja, also ich kann dir auch gerne hier so einen... Sex haben mit Lebenden statt mit Toten. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich frag mich, was mit dieser Frau passiert. Egal. Also das Ding ist, ähm... Ich hatte diesen Job, diesen Ring da zu holen. Stimmt's? Du hattest den Job. Ich hab ihn wieder beschafft. Nicht ich. Der sich erholen wollte gerade und endlich mal schlafen konnte. Endlich mal in Ruhe. Du musst das Ganze auch mal ein bisschen weiter sehen. Ich mein, jetzt hast du gerade deine Ruhe gehabt. Was ist für immer deine Ruhe? Hm? Ja. Wenn dein Bruder nicht mehr da ist, dann ist der Ring ja wirklich frei. Wirklich frei. Okay. Also während ihr diskutiert... Ich spring ins Wasser und... Ach so. Ah. Er... 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 Okay. Ah. Du holst den Ring da raus? Ja. Okay. Wow. Ich mach so. Falle. Oha. Was denn das Süßes? Meine Albträume. Oh, wie süß ist das? Da ist dieser schöne, schöne Ring mit einer Ananas. Das ist um... Wunderschön. Ich bin arauen mit Kürn. Und jetzt... Jetzt... Bin ich Single. Nein, jetzt nehm ich ein Stück Geröll und werf noch mal an das Hausboot. Hallo, ich hab hier jemanden, der mit Ihnen reden möchte. Und geb dir noch den Smaragdring. Ah. Einfach Ringe tauschen. Ein Leichenring gegen den. Passiert das jetzt gerade wirklich? Gut. Und jetzt geh ich so ein paar Schritte zurück, hol meine Ocarina raus und spiel ein Lied. Schmetterling. Garantiert von Herzen, nicht von Toten. Ist der von der Leiche? Sie guckt mich an. Ist der von der Leiche? Ist der von dem Betrunkenen? Ich habe nur das weitergefragt. Was? Du sollst mit ihm reden. Ist der von dem Betrunkenen? Bitte was? Nein. Okay, sie nimmt ihn. Oh, der ist voll schön. Weiß. Weiß. Und die fallen sich in die Arme. Oh, darling. Und die Hausboottür geht. Oh, the land is dark. Warum nicht gleich so? Und die Haustür geht zu. Und es geht wieder. Das Hausboottenten wird einfach mal zurück. Sehr gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Okay, Timmy. 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 Timmy haben wir rausgezogen. Der ist ganz nass und hustet. Timmy, du hast es versucht. Das rechne ich dir hoch an. Ich bin doch kein Abenteurer. Nee, aber vielleicht kriegst du ja noch eine Chance. Entschuldigung. Ich will noch mal. Und bevor ihr ihn aufhalten könnt. Wo ist denn mein W20? Da. Bevor ihr ihn aufhalten könnt, springt er tatsächlich einfach noch mal rein. Aber ohne Seil jetzt? Ja, ohne Seil. Mit einer 14? Mit einer 14. Er springt rein. Und ihr seht ihn immer wieder auftauchen. Aber viel zu weit draußen, als dass ihr ihn erreichen könntet. Nein. Nein. Nein, ohne Seil. Er schwimmt und auf einmal taucht die Bettpfanne auf. Und es ist kein Timmy dran. Endlich. Bahn dreht um und geht. Fertig. Und ihr seht eine kleine Welle. Und die Bettpfanne schwimmt so ein bisschen nach oben. Und treibt langsam zum Ufer. Wir stehen noch nicht hier daneben und gucken einfach die Bettpfanne an. Und in diesem Moment taucht Timmy auf. Hallo, was denkt ihr? Du machst es aber auch spannend. Er taucht auf und sagt, Endlich bin ich ein richtiger Abenteurer. Timmy! Timmy! Und er schwimmt so ganz erschöpft. Und dann kriegt er so raus und hält das so hoch. Und lächelt ganz stolz. Ich hebe Timmy hoch, so. Wie ein Könige Löwen? Ja, wie ein Könige Löwen. Drehst du dich dabei auch so im Kreis? Ja klar. Und er hebt das so hoch? Ja, klar. Okay, ja. Ja. Und er ist sehr stolz. Das Wasser läuft mit der Musik. Die heilige Musik. Timmy steigt empor. Die Hand Gottes. Und er zittert ganz arg. Und er gibt dir. Der Gepär, ja. Haben wir eine Decke oder irgendwas? Haben wir irgendwas dabei? Pan könnte was machen aus allem. Wenn sie will. Du könntest nicht. Ich hab nix in der Richtung da. Hab ich ein Wams oder irgendwas? Irgendwas dann. Ich hab nur Schuhe. Ich hab Gedärme. Ihr seid neben dem Gasthaus. Ja, wir gehen schnell ins Gasthaus. Wir wollten ja eh noch was essen und so. Ja, er holt doch Wurst gerade. Wurst. Denkt ihr ja. Wurst, ich hole Wurst. Ich hole Wurst. Okay, apropos Wurst. Hi. Funk, was geht bei dir so? Ja, ziemlich viel daneben. Du siehst da mit zwei Goblins. Nein, nein, nein. Ich sag schon nein, nein. Hast du nichts mehr damit? Die ganze Technik macht mit, alles klar. Heute Wurstwoche in der Taverne. Alles billiger. Fühlt hat das die Goblins irgendwie ein? Kriegen die das? Nein, nein. Schade. Du hast es auch. Okay. Also ich lieg ja noch da. Das erste und einzige erstmal, was ich machen kann, ist irgendwie mein Kopf hochzurecken. Deswegen ist sie also im Meer gewesen. A, wo viele Goblins da sind. B, ist die Leiche da, die ich eigentlich suche? Kann ich in der Kürze... Du siehst keine Goblin-Leiche? Ja. Du siehst aber zwei sehr lebendige Goblins, die dich bedrängen und zwar nicht auf die gute Art. Das ist gutes, frisches Goblin-Fleisch, was glaube ich die Fleischerin sehr freuen würde. Für Wurst mache ich alles. Für Wurst mache ich alles. Für Wurst. Also ich würde tatsächlich... Also ich rappel mich auf und ich ziehe das Zepter, was ich das letzte Mal bekommen habe. Das ist ein Zepter plus vier. Oh. Oha. Zepter plus vier. Und ich nehme an, es ist ja so 19 Uhr, meintest du? Ja. Sonne geht so langsam. Genau, 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 genau. Und ich probiere so diese untergehende Sonne, diese letzten Energiestrahlen zu kanalisieren. In dem Zepter. Ja mit einem lieber auf der Karte verhill after erschienen wir 16 bis 19, 300 Euro und Siemens Burmmedien. Ja gut, aber jetzt kann man jetzt auch mal wiederholen. Okay. Binnen, dann über Neue Romewhat. Ja gut. Du Anymutter. Du aller kommenden Namen. Du Bindel, ich trage dir das Ganze. Hör warte. Und da sind die stehen. Untertitelung des ZDF, 2020